es ist 6 uhr 31 guten morgen morgen ja wir gehen jetzt auf den bushwalk wir sind schon total vorbereitet marcus vor allem man sieht leider gar nichts wegen der kamera dann lasst uns doch rausgehen morgen es ist 36 und wir machen uns jetzt auf den weg zum bushwalk genau seid gespannt der marcus hat powertrank getrunken so schnell wie er läuft ganz hinterher bevor es los geht trinken wir jetzt erstmal ein käppchen mit unseren gästen und dann fahren wir mit paul unserem guide in den bush das älbchen unter dem tisch da sitzt auch eins über motiviert im frühen morgen ein Das war's für heute. Das ist ein Wetter, das ist ein Wetter. We are in the bush, we are not in the hotel, it's a place where the animals survive, we are not here to chase our animals or give them a pleasure, we are just here to look at them on foot, it's totally different when you are in the car, if I see anything in front of me, I will say like this, it means please stop slowly, and if I do like this, I mean that please go back, go back, and if I do like this, I mean freeze, don't go back, don't go for it, there's something dangerous or something that is coming ahead of us, so let just bear these things in mind and don't forget them, but if you guys have got any questions, you are more than a car. Well, for example, a steppe is just grass. Yeah, exactly, it's just grass. Is there something in this type? Nein. Das ist ein junger Junge, das war mit dieser Femme. Er wird diese Umgebung so viel wie er kann. Das ist ein junger Junge, das ist erkenntlich daran, wir sind markiert, reviert und zwar die... Revier markiert. Markiert. Gewier markiert. Und zwar... Ist doch richtig. Entschuldigung. Jetzt ruhig. Gewier markiert ist doch richtig. Ich habe markiert und dann wieder gewiert. Du hast gesagt gewiermariert oder so. Okay. Entschuldigung. Und zwar nehmen sie ihre Hinterläufe und verteilen damit den Kopf und schmieren das quasi auch an ihre Füße und laufen dann rum und markieren in ihrem Revier. Und dieser jungen Bulle, der trainiert es noch. Man sieht es nachher woanders draußen. Das ist sehr geordnet und das ist sehr zerstreut. Zu viel für einen erwachsenen Bulle, der weiß wie man das macht. Und er gibt da noch. Und die machen das genau so wie... Kannst du es nochmal sagen? Revier markieren. Markier Revier. Markieren eher Revier. Ja. 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 Ich habe dir was mitgekauft. Ein Giraffenkotbonbon. Ja. Die richtigen Geizen nehmen es wirklich in den Mund. Also... Trau dich. Trau dich. Das war der Buch im nächsten Mal. Und in den Fallen. Jetzt gibt es noch Frühstück. Vielen Dank. Vielen Dank.